Hallo Deutschland am Dienstag, herzlich willkommen. Eine Fernsehshow, in der eine ganze Familie fast ertrinkt, reale, risikoreiche Situationen nachgespielt werden um dann am Ende einen fetten Preis zu gewinnen. Die Discofamilie Bösch, die kennen Sie vielleicht hier von Hallo Deutschland. Sie ist bekannt für ihre XXL-Disco im niedersächsischen Schüttdorf und jetzt für ein neues Großprojekt, nämlich die Organisation ihres XXL-Weihnachtsmarktes. Es ist unheimlich beeindruckend, wie ich finde. Ich war selbst noch nicht hier, also ich finde die Location an sich top schon sehr viel, also es ist unheimlich pompös. Herzlich willkommen zur Drehscheibe, schön, dass Sie mit dabei sind. In Freizeitparks gibt es jede Menge Adrenalin, dank spektakulärer Fahrgeschäfte. Was haben Sie da schon alles so erlebt? Sie sehen Hallo Deutschland live aus Hamburg von den Cruise Days und wenn man was mit der Kreuzfahrt zu tun hat, dann ist man hier. Ein absoluter Kreuzfahrtexperte ist jetzt bei mir, Marc Behrendt. Schön, dass Sie da sind. Was ist das hier für ein Angeberausblick? Es ist wunderschön, wirklich. Superschön, auch mit der Sonne. Was hat es mit dem Turm auf sich? Rocia, hast du eigentlich einen Lieblingsfisch? Ist das der oder ein anderer? Ja, das war es von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit auch im Internet auf heute.de. Danke fürs Zugucken, bis morgen. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.